Um hier mal die Siedler 2 zu ziehen, aber da sind wir noch nicht. Erstmal sind wir beim Aufbau und dann herzlich willkommen zurück zu... So, 64-fach. Okay, wow. Okay, also von hier noch eine, die schließe ich noch nicht an. Ich hatte überlegt, so viel brauche ich dann auch wieder nicht. So, da habe ich schon noch einiges Holz, aber da ist schon noch ein... Das heißt, das werde ich schon mal versuchen. Nein, kann sein. Okay. Okay. So, wir bauen noch einen Baum, aber hier ist auch... Der Holzfäller würde mir hier Platz machen. Ja, und hier machen wir auch so eine Verbindung, einfach was können. Ich will natürlich wissen, was da ist. Das ist wirklich geil. Ich will sagen, was es da ist. Ich will sagen, was es da ist, was es da ist, was es da ist. Ich will sagen, was es da ist, was es da ist, was es da ist. Okay. Okay. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich will da. Wir brauchen da echt deine Expertise. Verdammt. So. Okay, also wir haben auf jeden Fall... So, ich würde sagen, noch eine Milde. Und noch einen Bäcker. Und noch ein Schweinchen. Dann noch ein Schlachter. So. 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 Okay, so und dann hier aus Und die Straße auch da So So Und hier machen wir natürlich das Super Hier war der Werkzeugschmäg Und hier bauen wir einen Waffenschmäg So So Der hat sich einen Glühstrumpf für mich Okay Na dann Speed on Ich habe hier ein Gebäude verloren Der Arsch Er hat gewonnen Was denn so früh Das ist ja Also Jetzt sollte ich mal hier ein bisschen Das war ein bisschen Super Super Okay Okay So Gut Ja Haben wir sonst noch was Ja das passt noch alles So Natürlich. Gefallen. Das ist ganz schön. So. Das hätte ich nochmal kurz sagen lassen. Machen wir das nämlich so. Dann machen wir das nämlich. Hier. So. So. Aha. So. 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 Jetzt sind wir am Ende. Ja. Und dann haben wir nach zwei Videos. Das. So. 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 So.